Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Fortnite Reaction. Ich habe mir gedacht, heute ist Sonntag und deswegen ein wunderbarer Tag, um ein Reaction-Video zu machen, Leute. Ähm, ja, ich habe ein Video gefunden, weil es sprechen mich immer die Videotitel an zur Zeit. Und zwar wieder von BCC Trolling und das heutige Video heißt Smartest Trap Ever, Leute. Und ihr wisst ja vielleicht aus meinem letzten Gameplay, ich bin ja auch so ein kleiner Fallenmeister und damit meine ich, dass ich mal mit der ersten Falle in einer Runde vier Kills gemacht habe. Ich weiß, es ist komplett nubig. Aber scheiß drauf, Leute. Es ist soweit. Wir gucken uns jetzt an, Smartest Trap Ever. Und ich würde sagen, ich habe Bock drauf, habt ihr auch Bock drauf? Wenn ihr lasst ein Like, dann checkt die letzten Videos gerne ab und let's go. Okay. Okay, die beiden wollen anscheinend auf den Jump Pad. Ja, suchen sie auch. Und nein. Sie wurden so getrollt, Mann. Okay, wird wieder gedanst, auf einer Falle. Ach, das ist jetzt ein Fallenvideo. Das wäre geil, Mann. Okay, die weiß genau, sie will ihn haben. Sie will ihn haben, aber er hat es schlau gemacht. Gucken, ob sie... Oh nein, wieso macht sie das denn auch? Ist sie dumm? Warum chillt sie nicht einfach ihr Leben? Boah, man sieht sofort, die PC-Grafik ist so viel besser. Man sieht es einfach sofort, ne? Ah, okay, er macht auch diesen Modus jetzt. Oh Gott, wer schreit denn da schon wieder? Nein! Er hat auch noch... Er hat die perfekte Falle und verkackt so hart. Okay, gucken, was jetzt passiert. Okay. Er soll tanzen. Okay, okay. Okay, die haben ihn safe. Okay, er will tanzen. Nein, nein, nicht mehr zu töten. Nicht mehr zu töten. Mach das nicht. Mach das nicht. Als ob er jetzt alle holt. Nein, oder? Er holt doch jetzt nicht alle. Das war eine aussichtliche Situation. Aber er hat alle geholt. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, er hat sie so gefickt. Er hat sie so verarscht, Leute. Okay, der Busch-Lifestyle ist am Start. Weiß er, dass er drin ist? Oder will er selber in den Busch? Okay, er weiß, dass er drin ist. Aber er trifft noch nicht mit der ersten Kugel. Jetzt wird er ges... Er wird jetzt safe gesnipet, Leute. Ich freue mich schon so heftig drauf. Ich hoffe, er wird gesnipet jetzt. Als ob er nicht gesnipet wird, oder? Komm schon. Du musst jetzt gesnipet werden. Ich höre doch schon die anderen Schüsse. Das sind nicht nur seine Schüsse. Ey, komm schon. Ach, der andere kommt jetzt. Der Team-Mate rettet ihn jetzt. Wie blöd ist denn der Typ? Was ist denn los mit ihm? Warum will er auch mal diesen Snipe... Ganz ehrlich verdienen. Was war denn gerade mit ihm los? Jetzt mal ohne Witz. Okay. 3, 2, 1. Rocket? Wow, Alter, wie heftig. Oh, was ist das aber auch für eine Base? Was haben die sich da aufgebaut, Mann? Manche Leute schaffen es in ihrem ganzen Leben, nicht, sich sowas aufzubauen. Ey, das gibt es doch nicht, Mann. What the hell? Lol, die haben es echt geschafft. Es gab früher auch einen Impact-Nemal, der Trox siehst. Halt, 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 halt. Okay, ready? Okay, Rocket, easy XP, let's... Nein. Ready? Ready? Willst du irgendeinen Kill machen? Lol. Lol, wie er sich... Hä, er wusste doch schon, was passieren wird. Warum freut er sich so heftig, Leute? Wie er sich freut, Alter. What the hell, Mann. Okay, ist gut. Okay, 2 gegen 2. Oh, mein Gott. Epic Win. Zack. Heftig, Digga. Oh, mein Gott. Der erste, wie er ihm gegeben hat. Nicht mehr lustig. Wie er hat schon 10 Kills? Noch 9 Leben? Okay, das wäre die easy Kill, würde man denken. Okay. Okay, was macht er jetzt mit ihm? Was macht er jetzt mit ihm? Was macht er mit ihm? Oh, mein Gott. Ist das gut. Oh, mein Gott. War das gut. Das war echt nicht schlecht. So ein Cut und dann kommt das, Alter. Ist das eigentlich ein Gegner oder sind das alles Freunde? Ne, sind alles Freunde. Alter, der oben geht komplett ab. Ich hoffe, dass er jetzt in eine Granate landet. Das wäre so geil. Ey. Okay, eine Falle. Das gefällt mir schon mal. Wo platziert er die Falle jetzt? Oh, mein Gott. Alter, get raped. Sit down, Alter. Okay, er hat ihn eliminiert. Jetzt wird er wahrscheinlich noch geschändet und gedemütigt, wie immer. Ach ne, er ist eliminiert. Okay, dann. Er wurde geschändet. Und jetzt tanzt er auch. Ey, Leute, ich liebe das, Mann. Das sind so geile Clips. Okay, der Butch war sehr unauffällig platziert. Nein, er gibt die... Er ist tot. Oh, nein, er springt hinterher. Nein. Proud. Er springt hinterher. Wenn du das gerade siehst, Proud. Ich bin nicht Proud of this Play. Okay, er will ihn demütigen. Okay, er hat ihn absolut gedemütigt. Er hat diesen Move gemacht mit dem Salz, Alter. Beste. Und ja, ich weiß, ich könnte mich mal wieder rasieren. Ja. Okay. So. Der Arme, der Arme, der Arme. Es ist ja auch der letzte Überlebende. Aber er hat noch keinen Kill gemacht in der Runde. Oh mein Gott, hätte er das kassiert, ne? Hätte er das kassiert. Okay, der Raketenwerferschuss kommt. Er klatscht. Jetzt ist er wahrscheinlich ein Three-Piece oder so. Okay, ein. Okay. Er ist einfach durchgezogen mit dem Klatsch. Das muss man ihm lassen, ne? Oh Gott. Die werden so hingerichtet. Guck mal, wie die hingerichtet werden. LOL. Ach, das waren die eigenen Fallen. Was ist mit den anderen los? Okay, das sah voll sell-up aus. Das machen die anderen, die bewegen sich auf einmal nicht mehr. What the hell? Ey, dass das klappt mit der Falle. Hätte ich ja niemals gedacht. Aber zack, von allen Seiten. Okay, er muss das Nutzer schießen. Dann müsste es eigentlich klappen mit dem Killen. Nein. Nicht. Oh mein Gott. Hat er nicht. Hat er nicht. Das war aber auch echt lach. Okay, der Skifahrermodus ist am Start. Oh nein, der Choke-Modus ist am Start. Ein HP. Warte, no scope. Oh mein Gott. No scope. Zeig mal her, ob du es schaffst. Junge. Oh mein Gott. Das war heftig. Okay. Oh mein Gott, die Rakete war so gut. Das war so... Hat er den Kill selber gemacht? What the fuck? Ich dachte, die Rakete hat den Kill gemacht. Krass. Ich liebe diese Videos. Oh nein. Es ist so gefunden. Aber warum hat er auch too warm gemacht? Warum hat er ihn nicht geheilt? Okay, jetzt mal wieder der Fallen-Action am Start. Er baut schon wieder wie ein Weltmeister. What the fuck? Leute, ich wusste nicht, dass man sowas bauen kann. Ohne Scheiß nix. Wie macht man sowas? Ich könnte jeden Tag so ein Video hochladen, Leute. Das war so Spaß, ne? Nein, jetzt kommt... Wie er sich freut, Alter. Wenn er jetzt am besten geholt wird, das wäre am besten schade. Okay, Zone hat er gut berechnet, muss man sagen. Die Mathematiker. Nein. Er hat's auch nicht gecheckt. Er hat's nicht gecheckt. Gejumpet. Lol. Was machen die mit dem Arm? Oh mein Gott, der Arme. Ich liebe das aber auch irgendwie diese Mentalität von den Spielern. Okay, hier Gunfight. Alter, was ist das für ein Gunfight? Mir ist schwindelig. Ich schwör, mir ist schwindelig. Hallo. Endlich. Mein Gott. Alter, was war das für ein Karus... Sie chillen, wie der im Vogelnest, Leute. Ah, Leute, ihr wisst ja, in jeder Folge wird eigentlich ein Kaffee getrunken. Ah, ich hab meinen schon leer heute. Okay, dann wird wieder einer... Achso, natürlich wurde er schlimm geschändet. Dann wird er totgeschlagen. Während sie wie so Vögel auf so einem Baum erstmal getanzt haben. Ich dachte, ich bin wieder... Ich bin wieder... Es macht die Schäge allweilig. Es macht alles so... Oh mein Gott, der Glück. Es ist für alles. Alles ist so weilig. Oh mein Gott. Er dreht komplett durch. Er hat richtig Angst. I did. I'm recording it, you did this. Er hat richtig Angst gerade. Oh mein Gott. Und der andere, what the heck? Ja, Leute, da war es das schon wieder mit der Episode, wie ich gerade von der Regie reinbekomme. Ich würde sagen, wenn ihr noch eine Episode sehen wollt, dann lasst doch einfach gerne ein Like da. Ich würde mich drüber freuen. Und vergesst nicht zu abonnieren. Genauso wie es hier steht, Leute. Besser geht es eigentlich nicht. Danke nochmal an den Channel BCC Trolling. Fette Props an die Jungs gehen raus. Wir sind uns beim nächsten Video wieder, würde ich sagen. Lasst gerne eine Bewertung da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.